Herzlich Willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Runde Overwatch im Ranked mit Shigo. Hallo. Heute mal den anderen Modus. Nehmen wir denn hier, äh, oh Gott. Hä? Okay. Ja, wir werden doch angezeigt. Oder die Prestiges zumindest. Ja. Okay. Hatten wir ja die ganze Zeit nur Low-Bobs. Interessant. Da ist ja nur das Level, sonst nix. Ja, ja, aber... Wir hatten keinen einzigen 100er dabei gehabt. Ja, weil die alle schon Ranked gespielt haben. Los geht's! Lasst uns gemeinsam was reißen! Lasst uns endlich loslegen! Come on! 5, 4, 3, 2, 1, Runde 1. Nehmen Sie den Ziel ein! Geht gut ab! 4, 3, 3, 2, 1, Runde 1. Nach mir müsst ihr eure Uhr stellen. Da sind sie! Warum ist keiner mehr von euch da? Ich bin doch hier, aber es gibt so viele andere. Oh ja! Okay, okay. Hier, ich schlafe. Ja, das ist mein Pfeil. Aber wir können das nicht machen. Okay, Lucio weg. Oh, ich hab meine Ultra-D. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Oh, nein. Oh, was macht ihr da? Oh, shit. Rodeo hat nicht mehr genommen. Unsere Kreese noch auf K. Oh, oh. Willst du schlafen? Nope, klappt mich. Er macht's aber auch so einfach. Oh, nein. Warum? 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 Ist unser Dingens wieder da? Wahrscheinlich nicht, oder? Dingens? Ist unser McCree. Äh, weiß ich nicht. Nein, ist er nicht. Nein. Also, ne. Doch, er ist da, aber es steht ein Wander. Ah! 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 Ah, Lucia hab ich, aber ich bin down. Ihr seid noch drei, der vierte Brau noch ein bisschen. Ihr müsst leicht einen killen, bevor die sich auch wieder sammeln. Nein! Okay, ganz okay. Das war jetzt die, ne, die gute Map könnte noch kommen. Du meinst den Brunnen? Ja. Kommt auf jeden Fall noch, also sie muss kommen. Da ist sie auch schon. Hört auf mit dem Quatsch und macht euch bereit. Irgendwo ist immer zwei Uhr mittags. Oh, das war knapp. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Runde zwei. Hier sind sie laut. Gute Laune gefällig. Gute Laune gefällig? Ja. 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 Nein, aber ich lebe noch. Man, dass die Roadhog-Uldi einfach niemand mehr töten kann. Gleich kommen die Pharah von oben, da muss man aufpassen. Hab ihn, er weht. Kommt doch zurück, will ich heilen? Die sollen nicht so weit nach vorne gehen. Ja, die töten halt die, die schon am Leben sind, damit der Respawn wieder warten muss. Ja, aber das kann man also gut ins Gegenteil umschlagen. Die Pharah jetzt. Ich hab sie verfehlt. Die Stunde hat geschlafen. Zurück zum Absender. Hab sie verfehlt. Ja, hab zu sehen. Zeit für den Siegen Beat! Der Cree ist down. Dafür ja bin ich down. Nein! Was? Als ob? Was? Oh, ich war dann. Oh! Oh! Ach, ich muss Silbermedaille geben. Ja! Zweimal Gold. Jetzt... Da muss ich auf die Ohren. So einfach tickst du mich nicht. Drücke zum Ziel vor. Hält dich unterstift. So, jetzt der Angriff muss das tun. Farah ist noch hinter uns, oben. Kein Gegner ist auf dem Spot. Oh, nein. Oh, Sau. Oh, Farah nicht wieder. Versuche mich zu beeilen. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Komm, 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 voll mit. Auf dem Spot. Wie auf dem Yamaha. Jetzt gibt's was auf die Ohren. Nice. Der Hawk is down. Sehr gut. Weg. Wunderbar. Und komm her. Da kommt er noch. Oh. Wir haben übrigens den Pfad verbessert, an dem der Hook den Gegner zieht. Der kann nicht mehr an Wände hängen bleiben. Das ist gut. Jetzt geht's ab. Und noch einmal hast du mich ihr Loch. Und jetzt noch einen anderen mehr. Ja, die ist kacke. Aber die ist gut und kacke zugleich. Je nachdem wäre gerade besser. Kann so stets zu diensten. Es ist Zeit zu handeln. Man nennt mich McCree. Gehen Sie. Bereit. Wunderbar. 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 Oh Gott. Alle tot von uns? Ne. Ah, sind am Fahrten. Wunderbar. Oh Gott. Ich hab mich da draußen. Ja. Jetzt wirds massiv! Es ist keiner mehr hier! WTF! Ich bin noch da! Gut! Aber der Rest war weg! Wir haben den spawnen! Wir haben den spawnen! Gut! Wir haben den spawnen! Jetzt gehts ab! Lauter! Lauter! Yeah! Mein Ultimate ist bald bereit! Feuer frei! Hier kommt mein Chill-Out-Mix! Schieb ab! Fliehen ist zwecklos! Der Enser hat er gut aufgeräumt. Ich musste Zeit! Wo kommen sie wieder? Ich komme wieder angesurft! Hä? Langsam! Ich müsste irgendwann wieder sterben sonst wirds knapp! Oh! 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 Alles ist hier! Oh! 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 Ich höre Sandhol, ich eins. 68 Zeit für einen soliten Beat Jetzt kommt noch Jetzt kommt schon Jetzt kommt noch Jetzt wird's massiv Ich bin voll am Spot und brauche Heilung Ich habe Soldier noch Das war schön Flawless Highlights des Matches Den Namen kenne ich auch Also den Namen schon mal gelesen Die Stunde hat geschlagen So damit ist das Match vorbei Leute Wenn's euch gefallen hat lasst ein Like Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Macht's gut bis dahin Tschüss Musik 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 Musik